Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben sich auf einen Kandidaten für die Präsidentschaft der Kongresskammer geeinigt. In einer Wahl hinter verschlossenen Türen nominierten sie am Mittwoch den 58-jährigen Steve Skellis. Damit stiegen die Chancen, dass die faktische Blockade des Kongresses durch den internen Machtkampf der Republikaner in den folgenden Stunden überwunden werden könnte. Bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden ruht die Arbeit in der Kammer. Entsprechend können die USA, etwa Israel, keine zusätzliche Hilfe im Gaza-Konflikt zukommen lassen. Der bisherige Speaker Kevin McCarthy war am 3. Oktober in einem internen Machtkampf von erzkonservativen Parteikollegen gestürzt worden. Diese straften ihn ab, weil er auf die Unterstützung der Demokraten von Präsident Joe Biden zurückgegriffen hatte, um einen Etatstopp abzuwenden. Skellis sitzt seit 2008 im Kongress. Er überlebte 2017 einen Schusswaffenangriff nur knapp, gilt jedoch bis heute als starker Verfechter eines liberalen Waffenrechts. Im vergangenen Jahr wurde er zum Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus gewählt. Er ist ein viel busy Job zu tun. Er ist ein vieles Arbeit zu tun.